Was sind deine Ziele für die WM? Judith Wider, was sind deine Ziele für die WM? Das Ziel sind meinerseits konstante Läufe, technisch gut zu laufen und ein resultatmässiges Diplom, das das Ziel wäre. Wie ist es mit einem zusätzlichen Druck oder zusätzlichen Nervosität von dieser Heim-WM? Ja, Nervosität ist auch etwas anders, weil es hat viel mehr Schweizer rum, es ist bei mir mehr darauf angesprochen. Aber es huscht auch etwas, es macht auch etwas mehr Spass. Und von dem her schlussendlich machen wir O.L. und das ist das, was am Tag X-D erzählt. Jetzt haben wir aber trotzdem immer von diesem Heimvorteil gesprochen. Was würdest du sagen, wie gross ist er oder was ist der Heimvorteil? Ja, schlussendlich laufen Jura. Ja, die Mitteldistanz ist für uns nicht unbedingt ein Heimgelände, weil wir dort sehr wenig unterwegs sind. Der Sprint ist sicher, es wird eine Schweizer Stadt sein, wo wir uns gewöhnen, uns zu bewegen. Aber in Lausanne selber, dort unten, dürfen wir auch nicht. Haben wir uns auch nicht bewegen, von daher sehe ich keinen Heimvorteil. Was sicher ist, ist im Ziel stehen deine Liebsten, stehen die Leute, die dich am meisten unterstützen. Und das pusht natürlich auch etwas mehr noch das Letzte rauszudrücken im Ziel. Im Vorfeld, welche Frage wird dir jetzt am meisten gestellt und was hast du für eine Antwort bereit? Grundsätzlich sind es sicher die Resultate, die sehr viel gefragt werden. Das Ziel ist das, was wir gesagt haben. Sonst, auf was ich mich am meisten freue vielleicht. Und das ist schon die Stimmung, wo ich mich sehr darauf freue. Besten Dank und viel Glück. Merci vielmals. Vielen Dank.